Er will, dass wir hier warten. Die Nase eines Hundes, das Herz eines Marines, für mich klingt das wie ein Held. Wir sind so stolz auf euch beide. Oh, hast du das gehört, Merk? Sag hallo. Komm dich von deinem Bruder verabschieden. Justin! Lass gut sein, ja? Ich hab's hier nur mit ein paar Aufständischen zu tun. Er versucht das ganze Universum zu retten. Wolltest du nicht heute Morgen um acht zum Arbeiten kommen? Wird mein Sommer vergeuden. Dad, was wollen die hier? Max stand Kyle so nahe, dass er niemand anderem mehr gehorcht. Willst du das wirklich? Ich muss mich um den Hund kümmern. Ich darf ihn nur nicht anfassen. Ich komm vorbei und zeig dir ein paar Tricks. Max will nur wissen, ob du ihn willst. Ein erster Schritt? Ist Max so eine Art böser Hund? Max gehört zu den besten Hunden, die wir je ausgebildet haben. Tiere bekommen posttraumatische Störungen, genau wie wir Menschen. Schmeckt schon gut, ist schon gut. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid es mich tut. Kyle war der beste Freund, den ich je hatte. Nichts Hals, sonst! Von Tyler solltest du dich besser fernhalten. Da geht's um üble Geschäfte. Dein Bruder wollte immer schon ein Held sein. Und was hat's ihm gebracht? Was habt ihr in den Kisten? Dad hat eine schräge Nachricht hinterlassen und ist verschwunden. Legen wir los. Max, geh suchen. Das ist nur ein Junge mit seinem Hund. Komm schon! Ich gehe hier nicht weg ohne meinen Dad. Wir haben hier den Air Jordan der Hundemann. Soll ich hierbleiben? Nur bis du einschläst. Warst du die ganze Nacht hier? Ich will nicht darüber reden.